Hallo, ich begrüsse Sie. Ich bin Orne Moorbeck, PhysioSport AG in Andorvingen. Heute zeigen wir Ihnen eine Übung aus den Pilates für die Bauchmuskulatur. Legen Sie sich auf den Boden, die Schulter sind entspannt und der Ring ist zwischen Ihre Hände. Anstelle an einen Ring, wenn Sie keine Zuhause haben, können Sie auch die Hände zusammendrucken. Jetzt atmen Sie tief ein und beim Ausatmen nehmen Sie die Beine hoch in 90 Grad Winkel, die Hände drucken Sie zusammen. Nochmal tief einatmen und beim Ausatmen strecken Sie Ihr Bein und drehen sich mit dem Oberkörper in entgegengesetzte Richtung. Wieder tief einatmen und zurückgehen. Nochmals einatmen und beim Ausatmen die andere Richtung machen. Wiederholen Sie dies so oft wie Sie mögen. Bleiben Sie aktiv.